Nächste Runde. Alles klar. Nächste Runde. Da meiste jetzt Bescheid. Und wieder Necromate Round. Warum bin ich jetzt die ganze Zeit im Postal? No way. Bitte, warum? Was war das denn? Was für Self-Report? Warte mal ganz kurz. Ich spawne, ich war ganz lustig, mach schnell meine Musik ein, ring nach rechts, und auf einmal kann ich den Report-Button drücken. Ich hab ganz kurz den Report-Button drücken. WTF? Das ist irgendwo rechts oben, weil da standen nämlich ein paar... Da standen nämlich... Ne, einer ist hier an der Lefte. Sasuke ist gelieft, und Fetal Coal habe ich jetzt gerade eben gefunden. Und zwar oben rechts war die Leiche. Oben rechts bei diesen Müll-Dings, weil da standen nämlich ein paar Leute. Da war ich mit Tobi. Da war ich mit Tobi, das kann ganz schön. Ich war einfach komplett an der Task. Ich war unten links gespawnt, und da konnte ich dich aufdrücken. Warte, Dino, wo warst du? Wo genau? Wo oben rechts stand? An welchem Müll? In Cafeteria? In Cafeteria, ja. Ja, da war ich mit Tobi. Aber das kann... Hä? Wie schnell soll das denn passiert sein? Rechts lag die Leiche. Hä? Also wirklich jetzt? Ich war an der Task? Er ist mit mir gleich rüber gelaufen. Okay, keine Ahnung. Ich glaub schon wieder, dass es Tobi ist. Ich bin's einfach gar nicht... Ja, genau. Das hast du mir einfach raus... Tobi ist auch echt sass. Tobi einfach sass aus Prinzip Kappa. Toll. Danke, Sasuke. Du hast mir die Runde richtig versüßt, Kappi. Du hast mir diese Runde richtig versüßt, ey. Machst nen Kill. Liefst instant, weil dein Internet weg ist. Und lässt mich dann da so stehen, als wäre ich der Imposter gewesen, der den Kill gemacht hat. Ich bin Imposter, aber ich hab nicht den Kill gemacht. Hä? Wie lassen wir das denn jetzt gerade? Das war ja so wack. BTF? BTF? Chat hier nicht. Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich kann schwarz safen. Navigation... Camps waren an, oder? Kann das sein? Nein. Nein? Okay. Ich war in Camps. Ganz zum Schluss waren die Camps an, glaub ich. Ja, gerade eben. Navigation. Schwein steht in O2 und mach da nen Task für mich. Also ich bin in Navigation rein, dann konnte ich reporten. Ich hab sie nicht gesehen, die gleiche, aber... Wen hab ich rechts gelassen, als ich nach links gelaufen bin? Nach Admin? Also ich war unter Electrical, ich wollte gerade das Licht fixen gehen. Also ich hab Weapons, äh, Assyrien abgeschickt, äh, abgeschickt, abge... Tassen, dann bin ich in O2 kurz rein, weil ich dachte, ich hab da nen Task, aber ich hab da keine Task, da stand Schwein, oder... Vita ist, tut mir leid. Das war richtig komisch. Okay, Schwein ist jetzt Tasse, aber ich würd ihn jetzt nicht direkt rausvoten, weil irgendwie macht... Also, also irgendwie... Wenn man in Poster ist, dann macht's eigentlich keinen Sinn, sich an O2 reinzustellen, wenn man in Navigation... Naja, genau. Ich wollte dann zu Electrical runter und hab dann auch Report-Button gesehen, also... Das kann eigentlich ja nur jemand gewesen sein, auf der rechten Seite gerade war. Also ich war nicht auf der rechten Seite. Ich war im Endeffekt. Wo warst du überhaupt, Tobi? Hier steh mal Atman-Panel. Atman-Panel? Ja. Ich war links... Ich war links bei Camp. Deswegen, ich hab auch... Ich möchte dich ja jetzt nicht... Ich möchte dich ja jetzt nicht zu sehr kaputt machen, oder so. Ich will ja nur mal sagen, wenn man bei Navigation nach unten geht, zu Admin reinführt. Ja. Das ist true. Achso, doch. Das ist true, ja. Aber bei 7 zu voten ist halt total dumm, wenn man noch 2 in Poster hat. Weiß... Ja, nicht ganz 1 gegen 9. Ich hab gestern ein 1 gegen 9 hingekriegt. Aber das war off-stream und auch nicht aufgenommen. Aber das war so genial. Das war bei Chromie-Zeus im Stream. Ey, das war so cool. Ich hab mich so heftig gefühlt, ich hab's nicht aufgenommen. Ich hätte es so gerne auf... Hätte es aufnehmen müssen und hochladen sollen. Ja, was macht man in einer 1-Situation mit allen anderen? Schwing. Ich bin tot. Wenn jetzt mein Download nicht fertig ist. Oh. Äh, ganz unten links. Lower Engine. Er hat's nicht gesehen. Habe ich Tobi grad noch, glaub ich, in der Nähe gesehen. Oh, Tobi! Ich bin Mad-Bay. Nein, 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 nein. Ich bin Mad-Bay. Ich bin mit Salzu nach oben links gelaufen. Bist du nicht dann noch mit zu mir nach Upper Engine und dann hab ich dich verloren? Ja, ja, wir sind... Moment mal ganz kurz. Ich war doch gerade eben in Mad-Bay und hab mich gescannt. Nee, ich meine jetzt gerade, als wir nach oben gelaufen sind, Salzu sind wir bis Cafeteria gewesen. Du läufst nach links, ich lauf nach Mad-Bay. Ich hol mein Reagenzglas-Ding ab. Ich laufe nach links weiter. Ich gehe Richtung Kreuzung Security Reaktor. Sehe niemanden, stelle mich dann an den Reaktor halt und mache dann dort meine Task. Und zwar Simon Says. Okay. Warte mal kurz. Wenn Schwein in Lower Engine liegt, wo genau in Lower Engine? In der Task unten? Oder wo? Ja, der ist halt oben. Also... Ich weiß nicht. Ach so, okay. Okay, bei sechs Leuten müssen wir jetzt eigentlich voten. Genau. Für mich ist es irgendwie Tobi. Das ist sehr nett, weil ich halt an Simon Says gerade stehe und es ist wieder komplett random. Das ist für mich kein... Das ist für mich kein random. Warum? Weil ich ja am Anfang schon mal eine Begründung aufgesagt habe. Welche Begründung denn? Wer hat einen Grund zum Sass wegen, äh, weil er in der Nähe war und dazu ist er halt für mich schon seit Runde eins Sass. Es ist kein Sass, wenn man am Admin-Panel steht und an den Cam sogar sieht, dass die gerade zum Schluss angegangen sein sollen. Also angegangen sind. Wer hat jetzt auf Tobi gehetzt? Dino. Dino. Dino gewonnen. Ganz ehrlich. Gut. Da sind wir uns alle einig. Danke. Bitte danach ihn, äh, rausworten. Dankeschön. Das war jetzt genau so ein random vote. Das war wirklich jetzt... Ne, ich... Ne, aber er... Aber ich hatte ja bei ihm einen Grund zum Sass. Okay, wir können jetzt die, ähm, Dino war richtig Karte spielen. Da wir ja nur noch ein Imposter sind, können wir jetzt diesen Move machen. Deswegen bin ich ja auch auf Jasmin gegangen, weil es sie auch sein müsste. Weil sie halt rechts war, genau. Und Schwein war halt auch mit auf der rechten Seite. Entsprechend eigentlich kann das nur so sein. Okay, tut mir leid. Ähm, ich hab ne Frage an Tobi. Ja. Stell mir ne Frage. Tobi ist es nicht, sonst hätten wir verloren. Bist du oben, wie du in Cafeteria warst? Ja. Bist du dort von Upper Engine gekommen? Ja. Weil ich vorher mein Sass zu Ende gemacht hab. Okay, gut, weil dann bist du von Reaktor nach Upper Engine gewandet. Bin ich nicht. Ich bin hochgelaufen. WTF. Was ist das für ein random, random, random call? Wenn du aus Reaktor rausgehst und zwei Meter nach oben gehst, dann bist du in den Upper Engine. Das ist ja so weird, random. Wir hatten im Panel, die Person aus Reaktor ist verschwunden und in Stand, ohne irgendwas anders, in Upper Engine aufgetaucht. Okay. Dino ist rausgevotet worden. Es gab keinen Kill und wir haben nicht, sind nicht dadurch, also wir haben ihn dadurch nicht verloren. Damit ist Dino auf jeden Fall definitiv schon mal ein Imposter gewesen. Ja, Dino war's. Dino hat Tobi beschuldigt, deswegen denk ich nicht, dass Tobi es ist, weil es dumm wär, von Dino seinen Maid zu beschuldigen. Erstens. Zweitens bin ich immer noch der feste Überzeugung, dass der erste Kill von Jasmin jetzt gemacht werden musste, weil Schwein mit dir auf der rechten Seite war. Wir müssen jetzt nicht voten, weil wir wissen, dass ein Imposter auf jeden Fall raus ist. Just saying. Darf ich sagen, ob's Dino war? Bei mir ist so... Ich kann das aus dem Bug sehen. Er muss ja gewesen sein. Allein, wer wollte denn mich? Ich sag's euch nach der Runde. Das wird jetzt noch schwer, traurig. Wir müssen Jasmin irgendein Kill anhängen. Ach, Mann, das ist Jasmin, so ein Dreckhau. Ach, Mann, das ist Jasmin, so ein Dreckhau. Ich wollte doch Jasmin einen Kill anhängen. Ich bin so los. Okay, wo? Oh. Wo liegt die Leiche? Okay, das hab ich mir schon gedacht. Weil ich war Camps mit Tobi und mein Raffi. Jetzt zum Schluss, ja. Raffi, wo warst du vorher? Vorher war ich auf der rechten Seite bei O2, hab da drei Tasks gemacht, dann zu Navigation, hab da Kabel gemacht, dann drunter zu Storage, hab Müll ausgeleert und dann bin ich zu Security, Kabel und dann an den Camps. Was ich immer noch komisch finde ist, also der Sass in der letzten Runde war einfach so mega weird. Zweitens war ich mit Jonas was Electrical Delights fixen. Ich hab auch einen Grund. Ich hab auch einen Grund. Was für einen Grund? Das kann ich nicht sagen, weil das könnt ihr nicht sehen, weil ich hab nen Bug. Alles klar, einfach necker. Warte mal, Salzhuhn, wo warst du die Runde? Ich glaub erst Reaktor, dann bin ich auf die andere Seite, weil da meine restlichen Task. Ich glaub auch Download in Cafeteria, dann zwei Tasks in Navigation, zwei in Shields und dann Advent. Ich war ja anfangs mit dir in Simon Says. Ich lauf nach unten rechts, da war Storage, da war Jasmin glaub ich noch am Leben. Es wird dunkel. Also ich hab in Coms mein Download gemacht, es wird dunkel, ich mache Lights, ich will Lights fixen gehen. Ich komm rein, Lights sind schon an, Jonas ist drinne. Ich hab Mindruff die ganze Runde nicht gesehen, aber genauso gut eigentlich auch Salzhuhn nicht. Also eigentlich ist es eine Sache zwischen euch beiden. Irgendwer kann mich, irgendwie kann's glaub ich, bezeugen, dass ich vorhin in Autor war. Ja, also die Leute, die auf den Camps dann gesehen haben, dass ich da grade in Navigation reingelaufen bin. Ich würde jetzt skippen. Nein, ich verstehe nicht, warum du mich in der letzten Runde so heftig gesasst hast. Soll ich einfach sagen, was mein Bug ist? Weil ist dein Bug auch kein Bug, sondern einfach jetzt irgendeine Ausrede, die du gerade suchst, um jetzt gegen mich zu schießen, so zu fronten, wie du schon die ganze Zeit machst. Was macht ihr jetzt? Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich skipp. Ich hab geskippt. Gut, dann skippen wir. Macht einfach die Tast. Jo. Na, dann. Bleibt mir nix anderes übrig eigentlich. Also ja, ich hab's gelesen. Raffi. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Raffi. Du hast jetzt die ganze Runde gegen mich so geschossen und jetzt machst du ein Kick. Nein. Nein. Schlecht. Schön, dass du's auf Video hast, wie auch immer du's auf Video hast. Wie schlecht. Raffi. Es ist Raffi. Es ist Raffi. Nein. Nein, nein, lass erst mal Tobi rein. Also, wir laufen beide halt über Cafeteria nach Reaktor, weil Reaktor losgeht. Ich warte noch ein Stück, weil die beiden in Cafeteria kurz rumlungern. Sie laufen beide nach links. Raffi ist hinter mir. Noch weiter hinter mir ist Jonas war das, er kill Jonas. Ich geh zurück, reporte. Jetzt sagt er, nein, nein, ich hab's gesehen. Aufrichtig kindisch. Bevor du einschreitest, ich werd nur kurz was sagen. Am Anfang der Runde, Dino hat gegen mich heftig geschossen, ist auf jeden Fall Impostor gewesen. Raffi, du musst Impostor sein und du bist Impostor. Du hast gegen mich random vorhin auch geschossen. Und jetzt versuchst du mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nein, 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 das machst du jetzt nicht. Okay, darf ich jetzt von meiner Sicht aus sagen? Ja, jetzt darfst du sagen. Okay, ich bin beim Admin-Panel mit Tobi und Dings und ich glaub auch mit dir, oder? Ja. Oder mit Lady. Ich glaub mit euch beiden im Admin-Panel, ja. Auf jeden Fall geh ich dann hoch. Ich bin auch so extra ein bisschen zurückgegangen, und ich dachte, okay, jetzt will Tobi mich killen. Dann geh ich weiter, seh Tobi und Magic Jonas beide ein bisschen zurückgehen und seh Tobi so im letzten Moment sich noch zu Magic Jonas teleportieren und er killt einfach. Wie du versuchst einfach meine Geschichte zu kapieren. Bitte glaub mir einfach. Nein, nein, wartet mal. Ja. Also, es war ja so, Dino hat Tobi beschuldigt. Wir haben dann Dino gewartet und wir haben nicht verloren. Richtig. Aber eine Frage, ist am Anfang nicht jemand gelieft? Ja. Ja. Am Anfang ist Sasuke gelieft, ja. Was ist, wenn der Imposter ist? Warte mal, Dino hat aber auch am Anfang der Runde den Report gemacht an den Müll und hat dann auch direkt schon auf mich geschossen gehabt. Also, es muss Dino, Dino war safe auf jeden Fall der Imposter, sonst hab ich jetzt schon verloren. Wie viele Tasks sind noch? Wie viele Tasks sind noch? Zu viele, zu viele, um jetzt zu skippen, eben. Wir müssen jetzt Salz fügen. Es spricht alles gerade die ganze Zeit nur gegen Ruffy und alles für mich. Ich verstehe nicht, warum jetzt die ganze Zeit noch diskutieren sind. Du könntest, du könntest. Es spricht auch alles. Mach jetzt nicht den Move, ey. Du könntest auch neben Ruffy gekillt haben und es dann auf ihn zu schieben, weil er Sasuke war. Ich könnte dich aber auch schnellstens Summon-Says killen können, in Reaktor. Es könnte auch einfach auch. Danke schön, ey. Danke schön. Ach, danke. So, darf ich jetzt kurz meinen Bug erklären? Nein, darfst du nicht. Bei dir steht Poster und Imposter. Ja, ich hab gesehen, dass Dino kein Imposter war und dann ist gestanden, One Imposter remains. Der Tobi mal wieder. Tobi, ich gönn's dir. Sasuke war halt wirklich der zweite Imposter, aber es hat mir so heftig in die Karten gespielt. Er hat gekillt. Es wurde instant report. Er war instant weg. Und es hat halt einfach alles dann doch noch irgendwie gepasst. Es tut mir leid. Anna, das hast mir aber so viel geholfen gerade. Das ist aber auch so. Ich wusste auch, was ich vorhaben würde. Aber das, was von mir auf jeden Fall dumm war, ich wollte Jasmin halt am Leben lassen, weil eigentlich Jasmin auch ein ziemlicher Sass war. Was mach ich? Was macht der schlaue Tobi, weil's die Leights aus sind? Erstmal Jasmin den Admin killen. Wow, Tobi. Vor allem, es wird so gesagt, Tobi, vertau dir nicht wieder eine Runde später. Ich weiß nicht, hast du mir nicht vertraut. Erstmal Tobi antworten. Dankeschön dafür. Bruder, wir haben nicht gevotet. Es gab kein Double kill oder einen Kill und wir haben dadurch nicht verloren. Es musste ja du sein anscheinend. Ja, ist tut mir leid. Ja, musste, ne? Ja. Olli, Olli, bist du dann fertig mit den Tasks? Ich bin fertig. Oder musst du noch die Kabeln machen? Nee. Ah, okay, nevermind. Das ist eine schöne Runde. Hey, ohne Spaß, was weiß ich denn? Olli, ey, ist mir leid.